Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Folgeplänen-Kurs. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. So, alle Statistikfreunde werden heute auf ihre Kosten kommen, denn wir befassen uns heute mit Statistiken, Zahlen und Gehältern und Mitarbeitern. Also wir werden heute so eine Zahlenfolge machen und ich muss noch was ändern. Und zwar ging mir mal durch den Kopf heute Nacht. Ich glaube, dass wir die Personalräume in die Arbeitspläne mit einbinden müssen, weil wir haben die jetzt zwar in die Themenbereiche gesetzt, aber die Mitarbeiter sind ja verschiedenen Arbeitsplänen unterteilt und in den Arbeitsplänen sind ja die verschiedenen Shops, aber nicht die Personalräume. Das heißt, wir müssen den Personal oder beziehungsweise wir müssen den Arbeitsplänen ja auch noch die Shops oder beziehungsweise die Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter zuteilen. Das könnten wir jetzt mal direkt machen, bevor wir jetzt gleich was anderes noch machen. Warte mal, da gucken wir mal ganz kurz. Themenbereich Stadt, da gucken wir mal kurz. Und wir sehen, es sind ja alle Shops, alle Toiletten und Attraktionen hier mit eingebunden, aber halt nicht diese Personalräume. Und die binden wir jetzt mal direkt mit ein. Wir hatten hier zwei Stück, das hätten wir eigentlich in der letzten Folge schon machen können. Das habe ich aber irgendwie vergessen. So, das heißt, diese Mitarbeiter, die jetzt diesem Arbeitsbereich unterteilt sind, werden jetzt automatisch, so hoffe ich, so ist mein Plan, werden automatisch dann in diese Ruhebereiche reingehen. Aber wie gesagt, das müssen wir jetzt erstmal abwarten. So, dann haben wir jetzt Themenbereich Piraten. Oh, das ist Piraten. So, da können wir nämlich Arbeitsplan und da war dann nur ein Ruheraum. So, den fügen wir hinzu und dann machen wir Arbeitsplan speichern. Warte mal, jetzt können wir nochmal kurz kontrollieren, ob alles da... Nein, siehste, dieses hier wurde zum Beispiel nicht mit eingebunden und das auch nicht. Das können wir jetzt direkt machen, weil das hatten wir... Ich habe die Arbeitspläne, wenn wir ehrlich sind, schon ewig nicht mehr korrigiert und aktualisiert. So, hier ist noch alles Tutti Frutti, ne? Hier ist noch mit alles eingebunden. Jawohl, das sieht gut aus. Das sieht alles gut aus. Das erkennt man ja daran, wenn die Attraktionen oder beziehungsweise die Gebäude dann so einen, ja, so einen weißen Rand haben. Dann ist das mit eingebunden. So, hier ist sogar der Topspin mit eingebunden. Das ist top, der Spin. So, Märchen-Themenbereich. Was haben wir da? Da haben wir dann... Aha, siehste. Ich habe zum Beispiel hier nicht in diesem Arbeitsbereich oder Arbeitsplan, habe ich zum Beispiel diese Souvenir-Shops hier nicht eingebunden. Die Souvenir-Shops und richtigen Läden. Das könnten wir eigentlich mal... Oh, nein, nicht speichern. Warte. Ich habe jetzt alles deaktiviert. Das ist auch sehr clever. So, warte mal. So, dann binden wir die nämlich mit ein. Dann haben wir das nämlich auch schon mal gemacht. So, warte. Okay, die sind jetzt alle drei mit drin, ne? Jawohl. Okay, sehr schön. Dann haben wir noch irgendwelche Shops oder irgendwas, was wir noch hier mit einbinden müssen. Ja, den Personalraum ist ja klar, ist ja logisch. Und dann war es das aber auch, ne? Ne, hier war noch einer. Genau, den müssen wir auch noch mit einbinden. Und dann haben wir... So, dann ist das mit eingebunden. Das ist mit eingebunden. Ist die Bahn hier mit eingebunden? Ja, die ist mit eingebunden. Alles klar. Dann können wir Arbeitsplan speichern. So, Western-Themenbereich. Da haben wir dann nur noch den Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter. Ach, den kann ich gar nicht einzeln auswählen, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Sehe ich das jetzt falsch? Okay, alles klar. Wenn da 0 steht, hat der alles deaktiviert. Das ist so ein Bug. Das ist aber schon seit Beginn des Planning Coaster Zeitalters, dass dann automatisch alles deaktiviert wird. Warum auch immer. So, dann machen wir einfach hier. Dann ist das ganze Gebäude mit inbegriffen. Keine Ahnung, beim Arbeitsplan. So, das haben wir dann gemacht. Da hinten war auch noch ein Shop, ne? Ach so, der ist auch mit drin. Alles klar. Arbeitsplan speichern. So, dann haben wir hier Freiland. Das war hier. Das waren diese Attraktionen. Und da ist ja ganz simpel, ne? Das steht ja eh offen da rum. Dann haben wir hier noch Winter. Genau. Und im Winterthemenbereich haben wir die Shops mit nicht mit eingebunden. Ach, sieh mal eine an. Siehste? Gut, dass wir das mal kurz kontrolliert haben. So, der ist mit eingebunden. Der war aber nicht mit eingebunden. Das ist okay. Oder beziehungsweise nicht okay. Aber jetzt haben wir das wenigstens gefunden. Karussell ist mit eingebunden. Diese Attraktion ist mit drin. Der, ah, Erste Hilfe-Lahn war auch nicht mit drin. Deswegen konnte er dann, hat er nicht überall da gekehrt, die Kehrmeister. Aha. So, dann machen wir hier Arbeitsplan speichern. Dann haben wir noch Grusel. Natürlich. Da müssen wir uns auch drum kümmern. Ähm, da ist alles drin. Warte mal. Ist das, ist das automatisch hier mit drin, das Ding? Warte mal. Wir haben da jetzt elf. Wenn ich das richtig sehe, ne? Machen wir nochmal kurz. Grusel. So, wir haben hier elf. Alles klar, das wird automatisch mit übernommen, weil das ja im Gebäude eh drin ist. So. Okay. Dann haben wir hier, das ist noch nicht mit aktiviert. Aha. Da haben wir noch ein Element. Das sind so Buden, die ich einfach irgendwann mal platziert habe, aber die ich komplett vergessen habe, mit einzubinden. Ach, man kann Bäume mit einbinden? Dann, aha, und wir haben extra Shops immer hier hingesetzt. Ähm, Shops hui. Ähm, wir haben hier immer Shops hingesetzt und haben, damit die, die Kehrmeister auch so weit laufen. Ach was. Aber das, diese beiden Dinger hier, also die beiden Toiletten, bin ich auf jeden Fall mit in den Grusel-Themenbereich ein. Weil ich meine, der Weg für den Western-Themenbereich wäre ein bisschen zu lange, oder? Warte mal, fällt mir mal gerade ein. Haben wir das Ding eigentlich mit eingebunden hier? Ja. Das war mit eingebunden, alles klar. Äh, äh, wo sind, ah, Freiland 2. Freiland 2, wo haben wir denn Freiland 2 hier, bitteschön? Ach was. Okay, Freiland 2, ist das bis da, ne? Ja, genau. Aber Freiland 2 brauchen wir ja nicht, weil wir da keine Shops haben, beziehungsweise keine Restaurants oder Aufenthaltsräume. So. Jetzt ist aber die Frage, die Leute, die hier im Freiland 2 arbeiten, ja, denen muss ich ja auch einen Ruheraum bieten, ne? Warte mal, dann machen wir hier, äh, dann setzen wir da mal einen Ruheraum hin, aber nur so einen provisorischen. Dann gehen wir mal ganz kurz da hin, setzen da einen provisorischen Ruheraum hin, Moment, angepasst, so, äh, Personalgebäude. So, den setzen wir einfach hier hin, ne? Und den binden wir dann mit in das Freiland ein und dann haben die Leute, die hier arbeiten, das sind nämlich Sicherheitskräfte und Kehrmeister, dass die dann hier auch einen Ruheraum haben. So, äh, 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 meine Parkverwaltung, genau, Freiland 2 und dann binden wir das da noch mit ein. So, jetzt müssten die ganzen Personalleute ja eigentlich, müssten die ja eigentlich einen Ruheraum haben. Was mit ihm hier? Unterwegs so Personalgebäude. Siehst du? Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Sehr geil. Also, ganz wichtig, wenn du Personalgebäude setzt, mit in den, äh, mit in die Arbeitsplanung oder beziehungsweise mit in den Arbeitsplan einfliegen. Ganz wichtig. Okay. Gut, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Puh. Aber die verlieren sehr schnell Energie unterwegs zu einem Personalgebäude. Okay. Wenn die Personalgebäude voll sind, laufen die dann random hier rum oder beziehungsweise suchen die sich random irgendwo ein Personalgebäude? Ich weiß es nicht. Ähm, Verkäufer. Ja, natürlich. Meine Verkäufer, ähm, wartet auf Kunden zum Bedienen, geht aber nicht zum Personal. Meine Arbeit macht mich so glücklich. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Ich kann nicht weiter arbeiten. Ich muss mich ausruhen. Okay. Das heißt, der Laden wird jetzt geschlossen, ne? Wird jetzt, wird der jetzt geschlossen? Warte mal. Wo bist du denn? Ah, okay. Die, die geht da hin. Okay. Und dann steht hier. Wenig wie die Witschi. Nein. Also das heißt, komme bald wieder. Ähm, pass auf. Jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Jetzt geht es ins Eingemachte. Denn wir brauchen mehr Mitarbeiter. Wir müssen Mitarbeiter einstellen. Lolita Busch. Voll der geile Name. Ähm. Wir brauchen Mitarbeiter. Warte mal. Was haben wir hier? Gedanken der Gäste. Dieser Müll ist ganz widerlich. Schaue ich auch nochmal ganz kurz drüber. Da gucken wir auch nochmal. Äh. Ja gut. Eine Mülltonne ist noch zu verkraften. Dann haben wir hier minus 968. 968. Ja. Technisches Problem. Aber ansonsten schreiben wir überwiegend grüne Zahlen. Jetzt halt wieder bei der Bahnstrecke. Warum auch immer. Wieder minus. Eine Zeit lang haben wir da echt plus gemacht. Aber jetzt auf einmal machen wir wieder minus. Keine Ahnung wieso. So. Mitarbeiter einstellen. Parkverwaltung. Ähm. Personal. So. Und dann bedient Kunden in Läden. Äh. Das sind Gäste. Nicht Kunden. So. Okay. Pass auf. Dann machen wir hier. Moment. Du bekommst auch einen Arbeitsplan. Und zwar unterwegs zu Läden. Ähm. Arbeitsplan. So. Da haben wir es. Genau. Und dann kommst du in den Themenbereich Winter mit rein. Richtig? Richtig. So. Das gleiche machen wir natürlich hier auch. Hallo. Entschuldigung. Ich wollte ihn nicht zwischen den Schritt gucken. Ähm. Das war jetzt sehr unangenehm. So. Ach. Die macht direkt Feier. Ah. Warte. 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 Ich kündige dich mal ganz kurz. Nur ganz kurz. Ähm. Dann brauchen wir ja theoretisch nur einen Mitarbeiter pro drei Dinger. Würde ich sagen. Oder? Sollen wir zwei. Mal zwei Mitarbeiter pro drei Dinger. Ne. Einen Mitarbeiter müsste eigentlich reichen. Sollen sie sich mal am Riemen reißen. Das ging ganz Zeit gut. Und jetzt auf einmal, wo das Update kommt, planren die hier rum. Okay. Pass auf. Dann machen wir nämlich einen für den Winter Themenbereich. und dann würde ich aber zwei Verkäufer. Alter, ist das da voll. Achte mal. Siehst du das? Die beiden hier. Krass. Ähm. Da auch. Ladies and Gentlemen. Boys and Girls. Ähm. Aus überfüllungstechnischen Gründen wird der Grusel-Themenbereich vorübergehend geschlossen. Vielen Dank für ihr Verständnis. Wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Oh mein Gott. So. Warte, warte, warte. Dann setzen wir hier einen Verkäufer. Ja gut. Wir hätten theoretisch und praktisch natürlich zwei Verkäufer. Den einen Verkäufer nicht kündigen müssen. Ähm. Grusel. Grusel? Ja. Und, äh. Grusel. Alter, wieso verdienen die nur 80 im Monat? Warte mal. Parkverwaltung. Äh. Verkäufer. Warte mal. Wenn ich neue einste... Moment, Moment. Damit ich mal hier das durchblicke. Neue Mitarbeiter verdienen 80. Neue Mitarbeiter verdienen 100. Was ist denn hier los? Wieso verdienen die denn so viel? Was hast du denn für Gedanken? Ich lebe meinen Job. In diesem Job fühle ich mich wie auf Wolke 7. Okay. Kontrollieren wir mal einen anderen hier. Sagt der was? Ich bekomme so viel Geld. Ja. Du bekommst viel zu viel Geld. Muss ich mal feststellen. Weil neue Mitarbeiter kriegen 80. Das kann ja irgendwann nicht sein. Das ist ja gar nicht gerechtfertigt. Da muss ich durchgreifen. Ist einfach so. Ich muss jetzt... Pass auf. Planzuweisung. Themenbereich Winter. Okay. Die sind just a momento. Pass auf. Wir müssen jetzt Mitarbeiter kündigen. Ist einfach so. Ne. Es lohnt sich einfach nicht. So. Das heißt. Ein Mitarbeiter wird hier gekündigt. Dann setzen wir hier einen neuen Mitarbeiter ein. äh... Äh... In... Winter. So. Warte. Betritt den Laden. Instant ausgetauscht. Krass. So. Dann... Äh... 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 Themenbereich Winter. Schotter. So. Da sparen wir jetzt richtig Schotter. Da sparen wir jetzt aber richtig Schotter. Ähm... Das gleiche müssen wir eventuell bei den anderen auch mal alle gucken. Ähm... Verkäufer. Oi, 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 oi. Okay. Äh... Das ist Stadt. Okay. Stadt. Dann kommst du hier hin. Okay. Äh... Stadt. Okay. Die Welle der Entlassung wird jetzt leider vorgenommen. Ist einfach so. Muss einfach leider gemacht werden. Aus finanzieller Sicht. Es tut mir wirklich furchtbar leid, aber es geht halt nicht anders, weil sonst ist das unser Ruin. Ist einfach so, wir machen jetzt minus 10.000 im Monat. Wir können das vielleicht ein paar Monate abfangen, aber im Großen und Ganzen würden wir nachher echt pleite sein und dann hätte keiner mehr was davon. Deswegen müssen wir jetzt leider, aber wenn die gut waren, können die sich natürlich wieder gerne bewerben zum neuen Tarif. Der beinhaltet jetzt auch ein Rundum-Sorglos-Paket beim Arzt. Das lege ich oben gratis drauf und dann bekommen die Medikamente kostenlos. Dafür verdienen die halt ein bisschen weniger. Ist leider so. Was haben wir hier? Bedienkunden. Bei Pipshot Water. Okay, bei Pipshot Water. Gruselthemenbereich. Okay, Gruselthemenbereich. Ach, warte mal. Ich wollte dich doch hier entlassen erstmal. Habe ich dich jetzt entlassen? Habe ich dich? Ich habe dich doch entlassen. Oh, okay. Er hat seine Kündigung ein bisschen später erhalten. Hat noch ein Modem. Äh, warte. Dann machen wir hier. Grusel. So. Alter, warte. Ähm, Arbeitsplan Grusel. So, das haben wir dann schon mal. Dann gucken wir mal ein bisschen weiter natürlich noch. Ähm, Verkäufer. Boah, guck mal, was die verdienen. Okay, Bedienkunden. Ähm, das ist Freiland. Mitarbeiter entlassen. Äh. Mitarbeiter ent... Nein, 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 noch nicht. Noch nicht. Du hast noch ein bisschen Schonfrist, weil da ist gerade eine hohe Auslassung. Obwohl wir bei dem hier auch. Ähm, okay, pass auf. Parkverwaltung. Mitarbeiter einstellen. Ähm. Okay, und dann kommst du nämlich ins Freiland. Dann brauchen wir aber im Freiland noch einen Mitarbeiter, würde ich sagen, oder? Sollen wir dann hier noch einen... Ja, komm. Wir setzen hier noch einen Mitarbeiter ein. Dann haben wir das Freiland nämlich schon mal fertig. Äh, warte, warte, warte. Äh, warte, nicht frei beweglich. Hallo, du bist im Freiland tätig. Deine Frisur solltest du mal bitte ändern. Wir haben hier so Kleidungsvorschriften. Ähm. Was ist mit dir hier? Oh, oh. Nee, nicht Gastinformation, sondern hier. Mitarbeiter. 80 im Monat. Das ist der neue Mitarbeiter. Und hier ist noch die alte Mitarbeiterin, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ja, 250. Alles klar. Ciao. So. Und dann brauchen wir noch einen Mitarbeiter. Jetzt müssten drei Mitarbeiter im Freiland sein eigentlich, oder? Sehe ich das jetzt falsch? Warte mal. Ich gucke mal ganz kurz. Äh, Verkäufer. Platz. Ah, man kann jetzt sortieren. Sehr geil. Das war ja schon... Das ist ja lange nicht gewesen. Cool. Sehr geil. Ähm. Winter Freiland. Äh, warte, warte, warte. Machen wir so rum. Ähm. Chief Beef, Chief Beef. La, la, la. Freiland. 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 Drei Freiländer. Okay. Alles klar. Ähm. Opala. Parkverwaltung. So. Das haben wir schon mal. Das haben wir schon mal. Dann, ähm, warte mal, Gehalt. So. Dann haben wir hier Bedienkunden. Der ist in der Stadt. Der ist gekündigt. So. Dann geht der jetzt hier hin, oder die. Ist ja immer random, ob Männchen oder Weibchen. Und dann gehst du ins, in der Themenbereich Stadt. So. Äh, dann haben wir Verkäufer. Wir sparen richtig Kohle. Ist einfach so. Äh, Western. Okay. Gulpy Slash weg. Äh, Gulpy Slash ist weg. Ja, die Kündigung erhalten. Alles klar. Ähm. Wir machen jetzt leider auch ein paar Umsatzeinbußen. Ist einfach so. Ähm. Aber das müssen wir jetzt leider in Kauf nehmen. Ist, 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 ist wirklich leider so. Ähm. Aber das werden wir nachher alles kompensieren. Denke ich einfach mal. So. Äh. Warte, warte, warte. So. Was haben wir denn da noch? Verkäufer. Dann haben wir hier rutsig ein Personalgebäude aus. Ja. Und dann ist natürlich weg. Ist ja klar. Äh. Weg. Und dann kommt meine. Ne, Quatsch. Parkverwaltung plus. Dip. Dip. Und dann in Stadt. So. Dann Parkverwaltung. Ähm. Jetzt ist ja die Frage. Die Frage der Fragen. Ähm. Ist auch Stadt. Okay. Ist nächster in Stadt? Zwei in Stadt? Nein. Nein. Okay. Okay. Äh. Erstmal zwei in Stadt. So. Dann drücken wir da mal ein bisschen auf die Tube. Ne. Setzen wir jetzt hier nochmal zwei Leute ein. Äh. Warte, warte, warte. Aber das, dass ich hier so schlecht besucht, das wundert mich ein bisschen. So. Parkverwaltung. Da gehen wir dann in Personal. Eins. Zwei. Äh. Stadt. Und. Stadt. Jetzt überlege ich mal. Wir sparen, wenn ein Mitarbeiter teilweise 200 Dollar verdient hat. Ne. Und die verdienen jetzt nur noch 80. Mini-Lohn. Mindestlohn. Was auch immer. Ähm. Sparen wir 120 Dollar pro Mitarbeiter. Ja gut. Die Fortbildungen, ne. Die müssen natürlich neu gemacht werden. Aber. So. Jetzt haben wir hier Western. Eins. Der war, glaube ich, auch Western. Zwei. Western. Drei. Okay. Western drei. Alles klar. Warte, warte, warte. Äh. Western drei. Äh. Parkverwaltung. Mitarbeiter. So. Eins. Zwei. Drei. So. Western. Eins. Zwei. Und der auch noch, ne. Drei. So. Dann haben wir hier nämlich schon mal die auch wieder zugeteilt. So. Jetzt könnten wir ja theoretisch direkt überlegen, wie viele wir Mitarbeiter hier brauchen. Weil den Themenbereich Winter haben wir ja jetzt versorgt. Da haben wir einen Mitarbeiter mehr gesetzt. Für den Western-Themenbereich würde ich fast sagen zwei. Ne. Setzen wir hier noch zwei Mitarbeiter ein. So. Eins. Zwei. So. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Western ist fertig. Und. Western. So. Das ist schon mal gut. Dann gucken wir mal ganz kurz hier noch rein. Äh. Grusel-Themenbereich würde ich auch zwei Platten, zwei neue Mitarbeiter einsetzen. Habe ich die schon? Also ich weiß auf jeden Fall im Winter-Wunderland. Aber ich weiß jetzt gerade nicht. Habe ich die auch schon im Grusel-Themenbereich? Winter. Äh. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Grusel. Da haben wir, äh. Eins. Zwei. Drei Verkäufer nur. Äh. Äh. Ach so. Ja stimmt. Die anderen sind ja noch gar nicht. Ja, ja, ja. Geht ja noch gar nicht. Okay. Ähm. Warte mal. Wie viel haben wir denn hier? Äh. Pass auf. Dann machen wir erst mal den Grusel-Themenbereich würde ich sagen. Äh. Parkverwaltung. Warte. Ähm. Also wir halten im Hinterkopf. Winter ist fertig und. Warte. Das schreibe ich mir auf. Sonst vergesse ich das wieder. Ist einfach so. Okay. Winter ist fertig. Auf jeden Fall. Winter. Und. Grusel. Äh. Winter. Und. Western. An. An neuen Mitarbeitern. An. An mehr Mitarbeiter. So. Dann gucken wir mal. Gehalt. Ähm. Okay. 170. Gucken wir mal. Das ist in der Stadt. Das geht. Der wird entlassen. So. Haben wir noch einen in der Stadt? Einen in der Stadt. Äh. Äh. Zwei in der Stadt. Äh. Dann nicht. Das ist auch nicht. Zwei in der Stadt. Das ist Western. Drei in der Stadt. Okay. Drei in der Stadt. So. Die setzen. Äh. Tauschen wir jetzt eins zu eins wieder aus. Äh. Eins. Zwei. Drei. Warte. Stopp. Bevor die sich jetzt hier wegbewegen. Ähm. So. Themenbereich Stadt. Tiefbief. Das. Die wurde gekündigt. Dann haben wir hier noch Stadt. Und hier haben wir noch einen Stadt. Ne? Ja. Da haben wir noch einen Stadt. Okay. So. Dann könnt ihr weiterlaufen. Vielen Dank. Ähm. Ich bin ein sehr netter Chef. Ich hab denen auch eine Abfindung gezahlt. Ähm. Warte mal hier. Winter. Okay. Winter. Da können wir jetzt erstmal einen hinsetzen. Äh. Mitarbeiter. So. Winter. Themenbereich. Winter. Ich bin so froh, dass ich die Themenbereiche alle benannt habe. Ohne Mist. Also das hilft mir jetzt gerade echt. Ähm. Warte. Okay. Die wird jetzt ausgetauscht. Da müsste er ja eigentlich hier hinlaufen, oder? Ich das jetzt ver... Ne. Da kommt der nächste. Warte. Themenbereich Winter. Der läuft gerade hier so chillig rum. Ne. Okay. Der wurde wahrscheinlich... Äh. Warum geht hier keiner hin? Hallo? Warum geht hier jetzt gerade keiner hin? Okay. Das müssen wir im Auge behalten. Definitiv. Ähm. So. Was haben wir hier? Das ist Piraten. Okay. Piraten. Oh. Äh. Bis jetzt haben wir ja immer eins zu eins alle ausgetauscht, ne? Mehrere Läden haben keine Verkäufer. Äh. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich kümmere mich gerade drauf. Ähm. Ruht sich im Personalraum aus. Okay. Entschuldigung. Muss entlöscht werden, ja. Vor allem. Grusel war das jetzt. Dann haben wir hier noch einen Grusel. Zwei. 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 Drei. Vier. Vier. Fünf. Nein. Nein. Sechs. Okay. Sechs. Sechs neue Mitarbeiter brauchen wir. Für den Themenbereich Grusel. Okay. Pass auf. Das machen wir jetzt mal. Äh. Themenbereich Grusel. Zwei. Drei. Vier. Wir spielen gerade Schach. Fünf. Sechs. Okay. So. Äh. Und schwupp. Synchron fallen. Herzlich willkommen in der neuen Disziplin der Olympischen Spiele. Ähm. So. Eins. Zwei. Oder. Drei. Letzte. Ne. Du nicht. Chance. Vorbei. So. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du gleich, wenn die Ladentheke angeht. Äh. So. Und die Mitarbeiter gehen jetzt zu ihren Plätzen. Dann haben wir hier. Boah. Wir haben so viele Verkäufe. Ach. Es sind ja gar nicht mehr viele. Wir sind gleich durch. Wir sind gleich durch. Sehr cool. Ähm. Dann haben wir hier Western. Okay. Western. Eins. Nein. Äh. Nein. Äh. Nein. Nein. Und. Das ist Grusel. Nochmal Grusel. Okay. Äh. So. China. Und der kommt dann in den Themenbereich Western. Okay. Und dann können wir gucken. Dann gucken wir mal. Ähm. Hier ist Themenbereich Stadt. Nee. Märchen. Okay. Märchen ist gerade eine weg. Stadt. Was anderes. Stadt. Grusel. Grusel. Okay. Märchen also nur noch eine. Alles klar. Äh. Märchen noch eine. Einen. Ein. Ist ja egal. Ähm. So. Schön in die Mitte. Von den Menschen. Die freuen sich gerade über neun Mitarbeiter. Cool. Ähm. Äh. 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 Märchen. So. Und dann haben wir gar nicht mehr so viele. Wir haben jetzt gar nicht mehr so viele. Und zwar haben wir jetzt hier. Stadt. Okay. Äh. Ich weiß jetzt nicht gerade wo der arbeitet. Äh. Äh. Kosmikau. Äh. Okay. Den. Den. Gucken wir uns gleich nochmal an. Ähm. Der war. Stadt. Okay. Zwei in der Stadt. Zwei in der Stadt. Und zwei im Grusel-Themenbereich. Ne. Ja. Zwei in der Stadt. Und zwei im Grusel-Themenbereich. Okay. Ähm. Ähm. Okay. Grusel. Und. Grusel. Grusel. So. Und dann gehen wir einmal in die Stadt. Da hat man noch zwei. Und dann müssen wir gucken. Wie wir die fortbilden. Und wie viele Mitarbeiter wir noch einstellen müssen. Ne. Ist einfach so. Okay. Eins. Zwei. Nicht abhauen. Äh. Stadt. Und. Land. Und. Fluss. Moment. Stadt. So. Und das haben wir jetzt zugeordnet. Okay. Jetzt können wir gucken. Wie viele brauchen wir. Wir haben fertiggestellt. Winter und Western. Das heißt. Ne Grusel hatten wir doch auch. Wir haben Grusel doch fertiggestellt. Das weiß ich aber hundertprozentig. So. Wir haben hier zwei. Zwei. Äh. Zwei in. Zwei in der Geisterbahn. Dann haben wir hier drei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Sechs. Ne. Sechs. Sechs Gebäude. So. Dann gehen wir mal kurz in Verkäufer rein. Zuweisung. Grusel. So. Da brauchen wir sechs Leute. Okay. Gucken wir mal. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Ja. Also im Grusel-Themenbereich haben wir auf jeden Fall genug. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Wieso haben wir zehn? Wieso haben wir jetzt hier zehn? Lass uns nochmal zählen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ah doch. Passt. Ja klar. Passt. Okay. Western hatten wir jetzt auch zwei schon eingestellt. Okay. Das heißt, die oberen Themenbereiche haben wir fertig. In den unteren Themenbereichen, hier würde ich sagen, reicht einer mehr. Ein zusätzlicher. Ähm. Ähm. Weil hier haben wir nicht so viele Läden. Ist einfach so. Ne? So. Dann gehen wir hier in Gruselbereich Märchen. So. Tiran. Äh. Tiraten-Pil-Tiraten-Pil-Tiraten-Bereich. Ähm. Also Piraten-Themen-Bereich machen wir auch noch einen zusätzlich. Moment. Moment. Ich habe gerade aus Versehen einen Gast aktiviert. Äh. Piraten. So. Das müsste eigentlich auch reichen. In der Stadt würde ich sagen, setzen wir zwei ein. Ja. In der Stadt setzen wir auf jeden Fall. Alter. Was ist das Riesenrad denn so gut besucht? Die ganzen Attraktionen, die nicht so gut besucht waren die ganze Zeit, sind auf einmal richtig gut besucht. Ist cool. So. Hier setzen wir auch zwei Mitarbeiter ein. Alter. Das ist so eine logistische Meisterleistung gerade hier alles. Äh. Eins. So. Zwei. Ich glaube, dann haben wir das, ne? Dann haben wir alle, oder? Ja. Dann haben wir alle. Okay. Und dann Ruhebereiche reichen. Die hatten wir gut berechnet. Ähm. Animateure. Was ist denn hier los? Wie ist denn so der Gedanke? Ich sollte bald eine Pause einlegen. Ich lebe meinen Job. Okay. Was ist mit dir? Pausenraum. Es fällt mir. Was? Es gefällt mir, dass ich bei diesem Personalgebäude Mühe gegeben habe. Ja. Es gibt viel zu tun. Es gefällt mir, dass sie... La la la. Okay. Hausmeister. Was sagt der denn so? Diese Stelle ist für mich geschaffen. Ich bekomme echt viel Gehalt. Ich habe eine Befürchtung. Ich habe jetzt gerade echt eine Befürchtung. Ich bekomme sehr viel Gehalt. Ähm. Pass auf. Ich stelle jetzt einfach mal einen Hausmeister ein. Äh. Hausmeister. Level 2. Verdienen 150. 150. Ich habe da so ein Gefühl, dass die die Kostenschraube runtergesetzt haben. Bei den Löhnen. 150. Ja. 60. Also der verdient offiziell 60 im Monat. Warte. Kann ich dir auch zeigen? Personal. Personal. Äh. Äh. Wo war das denn jetzt? Da. Der verdient 60. Verstehst du? Ja. Pff. Das heißt, wir haben heute erstmal die Verkäufe angepasst. In den nächsten Folgen werden wir dann die anderen noch anpassen. Ähm. Da brauche ich ja keinen Ersatz eigentlich versuchen. Ne. Ist einfach so. Dass ich dann, ich sag mal, vielleicht da noch einen Mitarbeiter mehr einstelle. Aber so senkt man die Lohnkosten. Ist einfach so. Ne. Ihn habe ich jetzt wieder gekündigt. Er war im Probeding. Ähm. So. Der ist zufrieden. Warum bist du nicht zufrieden? Ich könnte eine Pause gebrauchen. Ich werde langsam ein wenig müde. Okay. War das mit dir so? Äh. Dann mach doch eine Pause. Diese Personal ist so weit weg. Bis ich da bin, bin ich völlig kaputt. Mein Gehalt ist gar nicht so übel. Okay. Vom Gehalt her ist alles in Ordnung. Ähm. Das Personalbüro ist eigentlich gar nicht so weit. Hier ist alles noch. Mein Gehalt ist fair. Was sagt der? Eigentlich bin ich mit meinem Job ganz zufrieden. Mein Gehalt ist gar nicht so übel. Und er sagt noch, mein Gehalt ist gar nicht so übel. Mein Gehalt ist fair. Alles klar. Ähm. Ja. Dann müssen wir, werden wir in der nächsten Folge, werden wir dann einfach die ganzen Mitarbeiter weiter austauschen, weil die verdienen einfach viel, viel weniger, die neuen Mitarbeiter. Ist einfach so. Das ist ein Bruchteil davon. Ist, ist Fakt. Ne? Hier. Oh. Hohe Auslastung. Okay. Warte mal. Ich hatte doch hier noch einen, der hatte richtig viel Kohle, ne? Cosmic Cow. Äh. Pausenraum. Kann ich hier irgendwo sagen, wo der arbeitet? Wird das nämlich mir mal gerne anschauen. Cosmic Cow. Milchshakes. Ja, aber wo ist dieser Laden? Wo ist dieser Laden? Werden wir auf jeden Fall mal im Auge behalten, weil den müssen wir nämlich leider auch kündigen. Und dann, ähm. Ich hab Durst, ganzer Müll. La la la. Wir können, wenn wir jetzt die ganzen alten Mitarbeiter entlassen und neue Mitarbeiter einstellen, können wir halt ein paar Mitarbeiter mehr einstellen? Aus dem Kostengrunnen. Ne? Einfach, weil wir viel weniger Kosten haben an Mitarbeitern. Weil die halt eine ganz andere, ganz andere Tarife haben. Ja. Okay. Mehrere Läden haben keine, keine, mehrere Läden haben keine Verkäufer. Okay. Und welche Läden sind das? Weil ich hab ja eigentlich genügend Verkäufer eingestellt, oder? Sehe ich das falsch? Eigentlich nicht, oder? Hier ist wieder ein Verkäufer. Äh. Okay. Gebäude mit ausgewähltem Teilstück bearbeiten. Laden und Servicegebäude. Chief Beef. Äh. Dann gucken wir mal kurz. Meine Baupläne. Parkverwaltung. Personal. Äh. Ähm. Winter. Okay. Also ist mit drin eigentlich. Ist mit drin. Ja, dann müssen die halt... Ja, dann... Eigentlich müssten die da... Müssten die... Äh. Hier sich abwechseln. Eigentlich. Okay. Kosmikau... La la la. Äh. Kosmikau steht seit einer Weile leer. Okay, warum stehst du leer? Keine Ahnung, oder? Ich dachte, da wäre Müll. Jetzt sind da Tauben. Hö. Ähm. Also das... Das... Äh. Verkäufer-Tool müssen wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Das müssen wir nochmal uns, äh, komplett reinziehen, glaube ich. Ähm. Weil es kann ja nicht sein, dass hier ein Kosmikau leer ist. Verkäufer unterwegs. Ja, okay. Der ist unterwegs. Ja, gut. Okay. Warte mal. Wenn hier aber... Das ist keine Mitarbeiterin, ne? Ich bin ganz ausgehungert. Okay. Ähm. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall uns mal das nochmal anschauen. Ähm. Mit dem Personal. Wo die sich jetzt alle überall rumtreiben. Und wir müssen die ganzen alten Mitarbeiter entlasten und die neuen Mitarbeiter einstellen in den jeweiligen, äh, Bereichen. Oh, da haben wir in den nächsten Folgen aber noch was vor. Also, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du da zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.